Hello and welcome to another Duolingo Video und ja, es ist neulich ein neues Update rausgekommen. Dass ich so ein bisschen auf mich habe warten lassen, liegt auch ein bisschen an dem Update, weil ich da noch nicht ganz dahinter gekommen war, wie man das so am besten jetzt angeht mit diesem neuen Update, weil das wirklich alles über den Haufen, was ich bisher immer hier bei Duolingo gemacht habe. Und zwar, die Kronen sind jetzt eingeführt worden oder die sogenannten Skill-Levels. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders, weil Duolingo hat, ich behaupte mal, einen Fehler gemacht, teilweise. Also es hat was Gutes, es hat aber auch was Schlechtes. Und zwar die Skill-Levels, die sind so, dass es jetzt pro Fähigkeit fünf Level gibt und da steigt man auf. Und mit höheren Leveln kommen schwierigere Sätze dran. Das hat den Vorteil, dass es bei Duolingo jetzt auch schwierigere Sätze gibt, hat aber den Nachteil, dass sie das, ja, die Stärke, also die Stärke haben sie abgeschafft, die Stärkewerte von den einzelnen Fähigkeiten. Das heißt, die Skills, die verlieren nicht mehr an Stärke. Das heißt, man kriegt nicht mehr angezeigt, was man üben soll. Und das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach, weil das halt, weil diese Stärke sind genau das, also, dass sie halt an Stärke verlieren, ist genau das, was halt auch im Gehirn passiert. Dass die Wörter, die man nicht wiederholt, an Stärke verlieren und dass man sie dann wiederholen muss. Und das sieht man jetzt bei Duolingo nicht mehr. Das ist halt ziemlich kritisch. Und, aber, ich habe einen Weg drumherum gefunden. Einerseits eine Seite namens www.duolingo.eu, da kommen wir bestimmt auch ein andermal dazu, was es genau ist. Ist jedenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Aber auch noch was anderes. Und zwar habe ich auch ein User-Script gefunden, also was jemand erstellt hat. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und das hat, das zeigt ganz interessante Sachen an, denn die Berechnung der Wortstärke, die hat Duolingo nicht rausgeschmissen. Die zeigen es nur nicht mehr an. Das heißt, ich habe ein Script runtergeladen und installiert. Moment, das ist hier. Da werden die ganzen Skills aufgelistet. Und hier wird angezeigt, wie stark die sind. Ich habe da in letzter Zeit ein bisschen geübt, deswegen sind die Zahlen hier ziemlich hoch. Die waren am Anfang nur bei 50% oder noch weniger. Ja, genau. Und da kriegt man eben die durchschnittliche Stärke der Wörter angezeigt hier. Und die Zahlen, die 1, 2 und so, das sind halt die Wörter, deren Stärke auf das niedrigste Level gesunken ist, die man unbedingt wiederholen sollte. Und genau, hier kriegt man das halt angezeigt. Und die Zahl rechts sind die Gesamtwörter, die man in diesem Skill kennt oder gesehen, schon mal gesehen hat. Und anhand dieses Scripts kann ich jetzt wieder erkennen, was ich als nächstes üben sollte. Und genau, gibt es da sonst noch was zu erklären? Ich denke, das ist das Wichtigste. Das heißt, ich nehme einfach das Schwächste hier. Das sind jetzt, in dem Fall wären das bei mir 95,6%. Das wäre jetzt Sport oder Politik. Eins von beiden würde ich jetzt machen. Und man kann hier direkt draufklicken, dann kommt man direkt zum Üben. Aber noch eine Anmerkung. Ich kann nicht empfehlen, auf Üben zu klicken, weil beim Üben lernt man nichts Neues. Es gibt jetzt aber ganz viel Neues zu lernen. Und zwar lernt man so lange Neues, bis das hier auf Level 5 ist. So lange kann es passieren, dass man neue Sätze vorgelegt bekommt, die man noch nicht gesehen hat. Und deswegen kann ich nur empfehlen, so vorzugehen, dass man sich in der Liste anguckt, was die niedrigste Stärke hat. In dem Fall zum Beispiel Sport. Dann klicke ich aber nicht hier drauf, weil ich dann sofort zum Üben komme. Nein, ich suche mir Sport hier raus. Das ist in dem Fall hier. Hier ist Sport. Und hier sieht man übrigens, das ist auf Level 5. Das ist das höchste Level, das ist jetzt golden geworden. Und das wird auch für immer golden bleiben. Es kommt ein neues Update und das wird wieder geändert. Nein. Es wird jetzt für immer auf golden bleiben und wird mir halt nicht angezeigt, ob ich es üben muss oder so in dieser Ansicht. Naja, jedenfalls würde ich jetzt hier auf Sport gehen und jetzt öffnet sich hier was. Und dann gehe ich hier auf anfangen. Dann fängt er nämlich das Level 6 von 12, also die Lektion 6 von 12 innerhalb von Level 3 fängt er dann an. So läuft das dann. Und dann, es ist halt eigentlich so, wie das Lernen von neuen Fähigkeiten am Anfang immer war. Dass man halt eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten hat. Dann klickt man da drauf und macht die nächste Lektion, bis man das irgendwann voll hat. Und dann ist es fertig, sozusagen. So läuft das jetzt halt das ganze Level ab. Also nicht nur, das wäre jetzt, das was man sonst immer hatte, wäre nur Level 1 im neuen System. Aber es gibt jetzt noch vier weitere Level, die danach kommen. Und die müsste man dann eben auch auf die herkömmliche Weise machen. Und das würden wir jetzt damit tun. Nur, dass halt kaum neue Sachen vorkommen. Also, ich denke mal, ich habe das Wichtigste erklärt. Ich werde bestimmt noch mehr darüber reden, weil das halt das neue System ist, mit dem Duolingo funktioniert. Aber ja, so auf jeden Fall würde ich das alles handhaben. Was ist der Sinn? Den Sinn habe ich noch nicht so ganz erkannt. Naja gut, das hat schon den Vorteil, dass man, ähm, dass man, was wollte ich sagen? Dass man halt hier, schwierigere Sätze vorgelegt bekommt, weil sonst auf dem leichteren Level hat man die schwierigen Sätze halt nicht bekommen. Weil das halt die in unerfahrenen Lerne halt frustriert hätte, solche schwierigen Sätze vorgelegt zu bekommen, die jetzt auch vorkommen können. Genau. Und das, that is the point for introducing crowns to Duolingo, würde ich mal sagen. Gut, äh, that is the point, das ist, es ist nicht, steht zwar wörtlich, das ist der Punkt, das kann man auch sagen. Wir sind jetzt in der Rubrik Sport, das heißt, man könnte auch sagen, das ist der Punkt. Ich schreibe das einfach mal hin, aber, äh, weil wir hier in der Rubrik Sport sind, aber that is the point heißt auch so viel wie, das ist der Sinn oder das ist der Zweck davon. Das kann man eben auch mit that is the point meinen. Zum Beispiel das Wort pointless ist auch sinnlos, zum Beispiel im Englischen. So, ich punktete wieder. I scored again. Ja, scored ist, scoren, score, to score ist halt Punkt, ne? Genau. You play soccer. You play soccer. Ich habe übrigens neulich rausgefunden, ähm, wie der Name, also ich habe ein Video mal angeschaut, wie der Name Soccer zusammen, zustande kam für Fußball. Ähm, wie waren das nochmal? Es, es hing auf jeden Fall damit zusammen, dass, ähm, es gab zwei verschiedene Varianten von Fußball damals im 19. Jahrhundert. Und zwar gab es eine Variante, da wurden dann die Regeln aufgenommen, dass man die Hände benutzen, ähm, durfte und das war Rugby. Also ist dann Rugby geworden, das hieß Rugby Football oder so in der Art. Weil wegen einer Schule oder so oder unter einem Ort oder was weiß ich was das war, der, der Rugby hieß, wo das halt gespielt wurde. Und, äh, das wurde dann glaube ich, ich weiß nicht mehr genau wie, wieso das genauso genannt wurde, aber das Rugby wurde dann auch Rugger genannt. Und das Fuß, das, das andere Fußball, das, was wir heute als Fußball kennen, das ist, äh, ja, das nennt man ja auch Association Football, wegen der Football Association, dem Fußballverband, der halt die Regeln ursprünglich festgelegt hat. Ähm, und wegen Association, da steht das Wort, also ich kann es mal aufschreiben, Association, da stehen die Buchstaben SOC drin und ich glaube, aus diesen SOC ist dann in Analogie zu Rugger ist dann Soccer geworden. Ich glaube, so ist der Name Soccer zustande gekommen. Jetzt habe ich das auch endlich mal, dem letzten Mal gehört und ich denke mal, das könnte schon der Grund sein, warum das so heißt. You play soccer. She likes basketball. Und in dem Video, was ich da gesehen habe, das klang da auch so, als hätte American Football auch gar nichts mit, mit, mit Rugby und so zu tun. Ich meine, ich kenne mich in den Sportarten nicht so aus, aber ich hätte schon vermutet, dass es einen gemeinsamen Ursprung hätte. Naja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch was nicht mal ganz mitgekriegt. Das Tor, äh, das kann ja einerseits The Gate sein, dann wäre das das Tor, äh, weiß ich nicht, an der Straße, ne, wo, wo man halt, das Tor, wo man dann halt auch reingeht oder sowas, ne, Torbogen und solche Sachen halt. Oder das Tor halt, ne, beim Fußball, das wäre The Goal. Und The Goal heißt nicht nur das Tor beim Fußball, sondern auch Ziel. Also weil das Goal ist ja quasi das Ziel beim Fußball, den Ball da hinzukriegen, ne. My father plays Tennis every Sunday. My father plays, hab wir da, play, plays, plays Tennis, hab wir da, wieso vertippe ich mich so auf Tennis? Every, habe ich vergessen. My father plays Tennis every Sunday. Sunday. Is everything a game for you? Is everything a game for you? Ist alles ein Spiel für dich? Das klickt nach einer Frage. Ist für dich alles ein Spiel, genau. Your mother has seen the games. Your mother has seen the games. Deine Mutter hat die Spiele gesehen. Ähm, ja. Deine Mutter hat die Spiele gesehen. Gesehen. Spiel, Game oder auch Match, das hätte bestimmt auch gepasst. Ein Match ist dann quasi so eine Partie, ne. Eine Partie von einem Spiel. Was man halt auch spielt. Er erzielte vier Punkte. Oder er punktete vier Punkte. Ne, das sagt man nicht. Er erzielte vier Punkte. Das passt ganz gut. Er erzielte vier, paar mal da, vier Punkte. She plays soccer. Sie spielt Fußball. So, die Sprachübungen, die sind nicht neu, die sind schon ewig dabei, soweit ich weiß, aber ich habe die mal eingeschaltet, weil das, ich, es müsste eigentlich funktionieren. Also, als ich so ein bisschen geübt habe, also das getestet habe, hat es bei mir funktioniert. Deswegen müsste es eigentlich funktionieren, dass ich das jetzt einfach, das, was da steht, einfach nur vorlesen muss. The boy is by the goal. Finde ich manchmal komisch, dass ich ein paar Wörter nicht erkenne. Habe ich, spreche ich so undeutlich? Naja. I do not like basketball at all. Achso, sie liest das ja vor. I do not like basketball at all. Oder basketball hätte ich eher gesagt, oder? Naja, egal. Das ist, glaube ich, britisch und amerikanisch, die Unterschiede. Ich mag, also nur in der Aussprache jetzt. Ich mag Basketball überhaupt nicht. At all is, don't like at all is überhaupt nicht mögen. Ähm. Genau. Ich mag Basketball überhaupt nicht. My father plays tennis every Sunday. Okay. My father plays tennis every Sunday. Gut, es ist ein bisschen zu einfach, würde ich fast behaupten, weil das Aussprechen mache ich ja sowieso jedes Mal, ne? Naja, egal. Does she play tennis? Does she play tennis? Spielt sie tennis? Spielt sie tennis? Spielt sie? Er ist ein unbelieb. Spielt sie? Das wäre ja noch ein Fehler geworden. Wollen wir ja nicht. The goal. Ok. The goal. Na? Wow. Ich hab's gesagt und er hat's nicht gehört. Was sollte das denn jetzt? The boy is by the goal. The boy is by the goal. Der Junge ist am Tor, oder was? Das heißt ja nicht, dass er im Tor steht. Das heißt ja jetzt, dass er am Tor ist, oder? Der Junge ist am Tor. Gut, dann ist es vielleicht ein Verteidiger oder sowas, der Junge. The point in time is open. The point in time is open. All my friends like soccer. All my friends like soccer. Alle meine Freunde mögen Fußball. Alle meine Freunde mögen Fußball. Eine wichtige Anmerkung. Ich würde zwar was davon ausgehen, dass es eigentlich so jeder weiß. Hätte ich jetzt vermutet, weil das eigentlich so eine ziemlich hitzige Diskussion ist beim Fußball. Dass das halt eigentlich nur in Amerika, Nordamerika, hauptsächlich zumindest. Es gibt noch andere Regionen, aber hauptsächlich dort wird das eigentlich nur Soccer genannt. Überall heißt es einfach nur Football oder Fußball oder irgendwas halt mit Fuß und Ball. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oh, ich habe einen Buchstaben vergessen. Das war natürlich nicht gedacht. So gedacht. Tor. Hoppala. Goal. All my friends like soccer. All my friends like soccer. Alle meine Freunde mögen Fußball. Alle meine Freunde mögen Fußball. Und das war es auch schon wieder. So. Und damit haben wir jetzt hier Level 6 von 12 erreicht. Vorhin waren wir noch bei Level 5 von 12. Und hier heißt das, hat das, nee, ich muss die Seite nochmal neu aktualisieren. Das ist so ein Nachteil an dem Skript, weil das halt nicht wirklich zu Duolingo dazugehört, sondern nur so ein Skript ist, was so nachträglich eingefügt wird, wenn man das installiert hat. Dann, ja, funktioniert das halt nicht perfekt. Deswegen muss man auch eben die Seite neu laden, dann wird auch das Skript neu geladen. Und hier sehen wir jetzt, Sport ist hier nicht mehr, sondern ist irgendwo hier runtergerutscht. Hier hin. Da ist dann irgendwas gestärkt worden. Die Zahl müsste jetzt höher sein. Sie war vorhin noch bei 95,6 oder so. Und ist jetzt gestiegen auf 97,6, weil ich irgendwas davon gestärkt habe. Irgendwelche Wörter, die in diesem Skill vorkommen. So dürfte das jetzt gelaufen sein. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte auch weiterhelfen mit den Änderungen, für die, die das vielleicht selbst machen. Das Duolingo-Zeug und so, ne? Und, genau. Ansonsten, wie gesagt, Dankeschön. Und für Fragen und Anmerkungen bin ich da und würde mich freuen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Nee, goodbye, sag ich ja immer. Goodbye. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen. Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.